Ich hab aber auch nichts gemacht, ne, ne. Beste Voraussetzung für den Abschluss. Endpost, ich hab ja selber einen Kommentar dazu. Sind gefertigt, hast du wohl übersehen. Moin Moin an alle, die gerade noch reinschneien. Schön euch zu sehen. Von mir auch, servus Leute. Und heute mal kein Assassin's Creed. Siehst du, die haben einen Chat geschrieben, siehst du? Ah, da ist der Twitch Partner hier. Das sieht natürlich edel aus mit dem Haken. Kommt auf Twitch, das ist sehr gut. Ich bin mal gespannt, ich hab Black Widow noch nie gespielt. Bam, bam, bam. Ah doch, einmal im Tutorial. Aber spielt Jäger, kann ich nur sagen. Oha, oha, was ging denn da ab? Wir müssen hier den Bösen besiegen. Boah, was hat die für Ultimates? Einmal so ein Elektroschocker. Dann einmal hier. Oh, in die Schatten. Das ist krass. Vielen, vielen Dank, Tulpi, für die 100 Bits. Oh. Jetzt heißt es hier rein. Oh, das ist aber... Alter, ich bin in so einem fetten... Ich wollte grad Iron Man hauen. Aber das war falsch. Ich wollte aber gerade eure Knoppen. Sorry, du kannst das genug halten mit drei. Und dann stellst du einem von uns den Hulk zur Verfügung. Soll ich... Jetzt läuft's wirklich. Jetzt läuft's wirklich. Jetzt läuft's. Jetzt läuft's. Lecki hast du ja auch schon reingefunden, ne? Ich... Ja. Ja, natürlich. Einfach hier E halten. Immer E halten. Du musst wirklich ganz genau davor stehen. Ey Leute, da oben ist ihr von der Wand hier. Ich mach da mal für euch weg. Ich... Gemeinsam unbesiegbar. In fünf Sekunden. Ja. Warte geht's. Warte geht's. Ja, heute... Ihr merkt's ja schon. Huch. Gemeinsam unbesiegbar. Äh... Werden wir wahrscheinlich nicht so viel auf den Chat achten und so. Weil wir halt zusammen jetzt schon mehr als genug beschäftigt sind. Tulpi, ich danke dir für die 100 Bits, man. Coole Unterstützung von dir. Ehren-Tulpi. 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 Jetzt bin ich wieder klein. So sagt's zumindest der Jungschwund, der Moderne. Ich frag mich, was die Ulti von Black Widow ist. Widow's Bite. Ich werd jetzt wahrscheinlich völlig verschwenden. Widow's Bite! Jetzt bin ich wütend. Oh, sie wird's von nem Jedi! Guck mal, ich bin ein Jedi! Ich bin nur Gegner. Ah, nice! Huah! Bam, bam, bam! Was? Zack, zack! Alles leckt! Egal! Ich erinnere mich nur an meinen letzten Avengers-Stream, wo auch alles leckte. Hui! Oh! Das ist wirklich das beste Avengers, der... Dieses Jahr ist das auf jeden Fall das beste Avengers. Da muss ich dir recht geben. Zero-Nine Trooper. Das beste Avengers 2020. Oh, was ist das? Wie hoch ist der Anteil an? In der Kampagne, wo man Coop spielen kann im Multiplayer. Ähm, also Kampagne eigentlich gar nicht. Ja, das ist so unabhängig davon. Und jetzt hier kommt. Zack! Bumm! Bumm! Zack! Das ist so ein Action-Game. Das ist einfach ein Button-Smasher. Aber so! Und gewinnst. Aber später kannst du auch Rüstungssets bauen und Skillungen... Oh nein, ich lieg! Held am Boden! Held am Boden! Held am Boden! Held am Boden! Schleck am Boden! Held vorbei! Agent macht Hilfe oder was? Oh! Danke! Für Demacia! Ah, Jungs! Nur als Tipp, wir müssen die Mitte besetzen, ne? Ach so! Ja, ja, ja! Wir haben hier nicht im Kurk, soweit ich weiß nicht. Die erste Fireball ist geschlossen. Oh, wir müssen in die Mitte. Jo! Wir müssen in die Mitte, Leute! Links oben auf der... Ja, der Baiknapp. Ach so! Der, der gehört zu uns. Den brauche ich nicht auch noch. Ja, tun bis jetzt, ne? Aber... Holy Moly! Vielen, vielen Dank, alte Zange, dir für den Support. Und Unblade auch. Herzlichen Dank! Megacool! Ich brauche neue HP! Sowie Scooter! Versteht ihr? Ich weiß, dass ich den Hammer auch werfen kann, aber das draufkloppen macht doch viel mehr Spaß! Held am Boden! Oh mein Gott! Held am Boden! Oh! Held am Boden! Held am Boden! Oh, alle am Boden! Nicht gleich ab! Ich auch! Wow! Und wir... Ich bin gestorben, Alter! Was für ein Tiefpunkt für die Avengers! Und damit... Haller, Leute! Willkommen zu Team Koordiniert! Ja! Koordiniert ist! Bringen Sie mich zu der... War doch gut! War doch gut! Aber wir hatten Spaß, oder? Ja! Zumindest weiß Charles, was zu tun ist. Wenigstens einer von uns! Ey! Ich bin auch voll überfordert! Ich bin Jäger normalerweise! Ich bin nie im Geschehen drin! Das umgehen das... Ich spielte alle Jäger rings! Bei mir ist es verunfällig! Ich hab nicht meine Rüstung! Was ich für eine gute Frage hätte! Oh, geht's denn los? So! Ihr habt noch schöne Menü! Erstmal die Geschütztürme kann ich euch nur raten! Also einmal kurz an die Decke gucken! Und da haben wir hinwerfen! Die ist das! Unterwegs! Äh, brauch nicht mehr! Bin runter gefallen! die fliegedrohnen sind auch absolut nervig sollten man verbieten und jetzt hier kommt einmal elektroschock gut dass wir alle drin stehen dass wir das ding da irgendwie voll ich brauche mehr zeit ich glaube man ist müssen ja nicht alle drin stehen ja aber ich glaube dann geht schneller oder so vielleicht die neuen helden kann man sich nicht im haltrank herstellen also ich muss sagen jetzt nachdem ich das wochenende gesuchtet habe es bockt schon ich weiß ja nicht wieder es gibt noch kein endgame in dem spiel ist das problem wir haben gesagt es kommt bald wir sind das endgame warte warte hält am boden das war hier der andere da mit dem mit dem helm ich mache hier alle mit elektro diesmal sind wir so organisierten kass oha alter was ist das ein monster und macht ihre richtigen monster der mensch wie eingestellt oder schwierigkeit zehn milliarden habe ich ja ich denke auch gerade aber hier wird rasiert glatter als sie der laser des todes alter fast hier erinnert mich an version 2 was ist jetzt läuft der stream jetzt jetzt läuft er richtig gut jetzt läuft er gut nach nach drei anläufen jetzt läuft es bitte bitte ignorieren sie die 320 sekunden videos die jetzt auf dem kanal sind hält am boden ich bin hierher kommen die ganze welle noch mal von links heute mal kriege ich dich hier dazu ganz lang werfen man muss nur neben dem held stehen helden am boden beide helden am boden helden am boden ach nee ich kann nicht resten oder ich kann nicht resten siehste danke leute jetzt haben wir gewonnen die animation ich wenn ich mit dem ende ist in der stauerei ist das herr oder koris soll dich fragen wie schaffst du zwei stunden am stück ein monster in monster unter world zu besiegen geschafft gut gemacht weiß nicht macht spaß andere haben wohl nach 15 minuten kein spaß mehr der ist geduldig ich glaube das hat einfach viel geduld immer wieder bessere rüstung und es macht einfach spaß die monster zu kloppen weil ich im barante wahrscheinlich zu sehen oh man das war echt ein fiasko aber wir haben gewonnen und das zählt oder team fiasko wer erinnert sich neuen team absolut damals das war schön das war schon das projekt und können dadurch hoffentlich mehr und unser rad bei alanya da war ich schon schick 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 schock gesell charaktermenü rechts unten könnte klicken und wenn ihr neuen loot habt könnt ihr den jetzt dann da quasi aus alles dasselbe was ich gekriegt habe alles dasselbe wahrscheinlich auch ein outfit habe ich noch nicht bekommen bekomme wahrscheinlich die story oder so oder durch geld oder durch geld ja also musste schon mal ein paar hundert euro reinballern aber ist sowas und drücke nach dem ausweichen schnellen er bin ich nicht drin drück halt in der luft f drücke nach dem ausweichen f fernkampfangriff kann ich nicht gehen und also immer noch das schöne outfit wählen aber das hier ist eben episch und deshalb lassen wir das epische outfit an ja es gibt auch noch legendäre outfits sieht man hier schock gesell aber kostet auch schock gesell kohle ich liebe das wenn du sowas sagst ich habe ja neue takedowns die halten müssen wir noch machen ohne halk bei mir wird gefragt kann das spiel was ich frage kann ich noch gar nicht beantworten ich habe jetzt erst weiß ich nicht gerade zehn minuten gespielt leicht überfordert es ist das beste avengers 2020 auf jeden fall also muss man ja absolut absolut da hast du kannst das andere kann man anders nicht sagen was machen wir denn schönes i don't know wir machen irgendeine mission wir machen draußen ja genau irgendwo draußen mission draußen auch wahrscheinlich dann ja bei wie heißt das ding ich habe schon alle missionen abgeschlossen ist das problem warte ich habe einfach mal irgendeine gestartet in dem outfit hat wir machen jetzt hier die ostküste hat ja gar kein bad das ist ja fast kein quatsch das ist ja das geht ja nicht dass das geht nicht habt ihr recht das ist das ist dann auch kein episches outfit mehr also das ist korrekt bei den kollegen ein bisschen leise der don schlägt mit mit stufe 2 kraft 1 hast du kein neues kein keine items bekommen doch aber ich habe nur einen gürtel bekommen den ich verwenden kann der ist auch kraft 1 ich habe nichts bekommen nee der gürtel der ist kraft 2 oh okay das ist natürlich dann das ist natürlich okay ja also ihr kriegt immer loot so based on eurem durchschnittlichen gear level es gibt die möglichkeit dass ihr eure ausrüstung aufwertet also höher stuft und dann könnt ihr auch höhere items wenn das denn man darfst du nicht stufe 1 gerade noch mit dem charakter ich bin stufe 2 kraft level wird vom gear beeinflusst und stufen level wird von der erhaltenen ep beeinflusst ich habe gedacht dass hinten wäre die stufe ja oha dann hat charles verschlechter ist ihr angst für sieben und sieben paragon level es geht nicht schneller wenn du nicht also vorsicht es ist einfach das beste das ist ein neues ausrüstung das ist ein neues ausrüstung das ist ja keiner was anderes behaupten so jetzt auch mit bart hat mir gefollert danke fürs folgen ich sehe es trotzdem obwohl ich nicht zu mehr danke vielen dank für den folgen beim charles was ist eigentlich die mehrzahl von sushi das war übrigens die umfrage gestern auf instagram bei mir wisst ihr es denn hier team fiasco ja viel zwischen ja genau ich habe suchata oder suchetti glaube ich zur auswahl gestellt wo seid ihr denn auf dem weg zum ziel suchen sie eine trug und es ist tatsächlich so schön warte mal da sind nämlich ressourcen in hafter truhe oder was oh hier sind richtig krasse ads echt jetzt ja oh wir haben hier eine geheime truhe corey und ich wenn man recken wir müssen diese kloppen 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 und dann gibt es nice sachen was oha da kommen wir viele alter was machen die denn hier warte 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 bumm überladung oha wir umgehauen oh macht man das corey du kannst einfach richtig schön später raketen stimmen dann kannst du raketen am freunde machen richtig gut schaden machen die tanz auf die rolle durch die türe so so aufgeräumt zur nächsten mission wa gell na nicht mission ein bisschen angenehmer fertig ich kann ja hier an an häuser wenden irgendwie lang ich bin so gewohnt einfach über die map zu fliegen ich komme jetzt richtig so geil ey richtig dass ich hier nur so ein bisschen an wänden hochklettern kann das viel so schießt hat er gewusst hat er gewusst wir müssen fokus feiern in sushi schoos am boden hält am boden ich komm schon was macht ihr denn schüler ich bin da voll rein das war ein bisschen doof gebe ich zu ja du bist ja fernkämpfer du müsst schon wollte aber kloppen ne irgendwie ihr verteilt der schüler körper die map wahrscheinlich oder oh oh ich mach jetzt super sushi die kaputt das sind da los hey was macht er denn alter er haut einfach rein zack ich hole den babo raus wissen wer der babo ist kraft die habe ist der der lambo und ferrari sitzt moment immer hier kurzen prozess sagen wir bisschen gebangen wissen wir der babo ist auf dem boden alter der folge sind wo ist ein agent am boden ich bin hier am mecherechse und springen über den ich bin karate kämpferin ich auch dieses spiel dreht sich um explosionen und bumm wieder raus bumm bumm tzack komm wir müssen schon ein bisschen schaub machen ladl ladl macht schoden ladl macht schoden ich liebe es einfach dieses österreicher durch ist einfach perfekt ladl drauf und jetzt eh das team ist keine bedrohung mehr inventar slot voll ist kleine da sind sie wieder meine probleme eine neue weste jetzt müssen wir da rein dadurch das tor jo du bist der tor ach so ja stimmt vergessen ist eine box übrigens eine geheime supergeheim aber wenn du sie gefunden hat ist ja nicht mehr geheim also heimekiste die keiner kennt neues video war die fuhr und da alle gelooterie nutzt haben charles auch ein abo da gelassen sehr cool ne also wie gesagt und charles dass die kanäle eurer wahl wenn es um kanäle geht danke vielmals danke 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 es ist in den folgenden 13 nee oder alle ich in guna oder nein aber es ist open world wenn man einen kleinen beschränkten begehbaren bereich als open world bezeichnen würde infiltrieren kann also leute ich hole mir den schlauchartigen das ist schade es gibt übrigens verschiedene perks in dem game die verschiedene effekte haben aber dazu später mehr ich hab das sind nämlich soweit sagte eins ein weiser mann weggeknatscht und umgebattscht wir sollten nicht in den strahl reingehen wer hat da meinen namen i don't know den mann idee du bist der wahre man nennt ihn auch den aller echten immer noch mit dem gameplay irgendwie so ein bisschen überfordert ja ja am anfang leuchtet alles und ja mann und es läuft ja alles ist wie monster hunter nur bunt es ist es ist quasi wirklich das ist wie monster hunter das sagen viele nur bunt nur bunt nur gleichweilen zack 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 ich werde weggeknatscht hero hat der boden hier rein boxen und die müssen wenn ihr kein leben habt die grünen dinge aufsammeln oder nicht geht es wieder nicht ja habe ich nicht nachdem ist das game so aufgeräumt das hier ist die kombos kommt daneben mit den perks nicht auf warte mal da musst du von der anderen seite rein dass man da von der anderen seite war ja ja hinten oder muss man von der anderen seite ist hier von hinten ein achte charles bis wir ihn gerade wir haben abgefroren dass wir keine beliebeste war es war doch jetzt nicht nicht hier hier ist alles kinder wie die tür auf also hier kann also man muss halt diese komischen links bei mir ja nein nein jetzt haben wir die kiste verpasst ah hier ist das ding er das war eben reingedrückt scheinbar eine zeit begrenzt scheinbar eine zeit zeit begrenzt es gibt so viel gar die du reindrücken muss in vier stück einer fehlt noch einer fehlt noch komische stäbe die aus der wand raus oh warte vielleicht kannst du von oben oben zack 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 einer noch ach so du bist da oben merke na gut dass hier irgendwo fehlt noch einer also ich bin mit dem spielmann auch wie gesagt ein bisschen überfordert am anfang muss einfach nur gewinnen einfach gewinnen so läuft hier hast du war zu spät oder was du bist nicht offen oben noch mal ja war zu spät wir müssen jetzt noch mal machen da sind die dingsbums dinge vierte los die musste man öfter hauen die mussten grün werden blau müssen wir werden oben sind wieder wieder like button und die scheiß tür geht nicht mehr auf was soll das so bei mir geht es auch wieder hier ist offen so hat sich voll gelohnt eine grüne armschiene bekommen echt was habe ich bekommen ressourcen 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 alles wichtig jungs alles wichtig immer schön auf der nornenstein der goldenen gaben fünf sterne das bestimmt gut oder ja es ist sehr gut sogar aber es gibt ja die option selbst anlegen das beste hier macht er dann von alleine der hammer eigentlich so der mod vom frage grüßt abo ist da dankeschön ehre das ist am start ich glaube die haben wir jetzt übersehen donnergott spät wir kommen ja erstmal in die basics rein ich mochte den einen bot der da gerade gegen die wand lief so wir müssen jetzt die server haben die server server abc mit den die feinde fernhalten von a b und c ok ich bin mir hier bei a kommt ich gehe zu b b b b b a i j k l m n o b ich habe die kontrolle b b b b b b b b muss ich drauf bleiben eigentlich die lage checken und dann ist alles easy oh schön das wirklich das beste spiel fragen da spielt krieger ich bin nur aus aus dem nahkampf krieger jäger guck zwei meter vor mir ist der gegner ich schieße schön ist er hier eigentlich zu b gerade durch auf b sind richtig viele alles muss versteckt sein da ist sogar ein monotonic tonic exo großer nice ich mache mir selber mal groß hier so kommen wir jetzt selbst laut destroyer die hässs weiter geht's ab zu c ladl los geht's ich habe die kontrolle wirklich das beste game kann keiner was anderes völliger overkill auf dem bildschirm einfach ammer stufe vier ich bin stufe drei wir sind so hoch hört auf das sind wir hört auf zu kloppen jetzt den server haken muss man diese mission zu viert spielen nee kann man auch alleine machen aber zu viert macht am meisten spaß sagen alle hier überall hast du geguckt ob irgendwo looter rum liegt hier gibt es keine ahnung oder mit bots beziehungsweise ich spiel ja gerade auch mit bots was besieße mit du also gegen bots meine ich natürlich einige entführte schilder oder ist auf einmal ein krasser geschützturm gewesen was ich habe auch kein gesehen ein krasser schitturm rechts und der thematik mit koreos und montana black korea hat ein promovil mit montana black er vergesst die hälfte ganz aus seinem video ansage an montana black rodriguez vielen vielen dank an das an weil der griefer verschenkst du ein abo fährt vielen vielen dank auf jeden fall da am einer da war ein sehr sehr weiner das ist auch in österreicher übrigens sehr war der weiner griefer einer servus laden vielleicht einmal geklappt immer ein bisschen das ist halt geil dass es nur so zwei drei level gibt immer wieder durch die gleichen recht so lieblich es gibt schon mehr aber am anfang ist die jürgen der block war wenn ich mit der eigentlich auch über die gegner drüber der station da ist schon einmal geht übrigens nicht du kannst du fliegen hält am boden schon wieder und jetzt um drei jetzt oder die adeptoriten die sind einfach komplett krank dieses geld das ist ein bisschen unübersichtlich mal das ist schön übersichtlich ist cool naja ist so chillig das ist echt mal einfach nur rein einfach mal reingelassen ungebratzt ja einfach mal mitten rein weißt du das ist urlaub fürs gehirn das spiel das ist so krank gg freunde ich schicke abholungskoordinaten für ihre wir sind fertig schlecki memes ist auch am start sehr gut ich frag mich immer wer diese seite gemacht hat ob das der schlecki selbst war ja ich verstehe ihn auch nicht ne ne aber er hat mir haare verpasst unglaublich ich war erschüttert ich habe commander hirn wen hat er dir nochmal zugewiesen ähm gut gemacht du warst glaube ich black widow eigentlich ne schalt ja 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 und schlecki war Thor und Cory war Hulk und ich war Iron Man ok cool also jetzt alle mal Charaktermenü gucken ob ihr Upgrades bekommen habt ich habe bessere Ausrüstung ich habe auch höher stufige Ausrüstung bekommen die nicht besser ist aber muss rein alles für die äh Level ähm also Gearscoreschreien ist wohl hier die ultimative Maxime und wenn ich brauche zerlegen halt ne zerlegt alles man kann auch man kann auch äh hier so ein so ein Fertigkeitenbaum kann man leveln mhm das sind die Perks Corypheus Skill Raketen kann ich nur sagen Skill die Mini Rockets ok ich guck gleich was macht denn bei Thor Sinn äh keine Ahnung noch nie gespielt ich hab eigentlich nur Iron Man gespielt und die Mrs. Wubble Arm oh ha ich hab 7 ey oh das klingt gut Fernkampf spielt Jägerfreunde erweiterte Magastine ermöglicht ein bisschen eine extrem hohe Feuerrate haltet das und dann war das nicht dasselbe ach ne das war beides machen wir mal das Alter und äh ah grüner Gegenstand klingt gut ich schluss direkt das sieht nice aus Gottesdorger Alter der Charles schon level 8 keine Güte der ist ok ah du bist ein Mod von Matze ah der Schlecki Memes ist da also gut vernetzt mein Hexenkid wer der Vini ist wer ist denn der Vini oder meinst du den Österreicher Charles Mission starten ne warte doch mal ich wollte das mal ausrüsten jetzt warte doch mal wie kann ich dann ausrüsten das ist gerade alles irgendwie total verwirrend aber nur draufklicken wollen wir eine 125 Mission machen dann äh sind die Dinger weg hä bist du im Inventar oder im in dem Inventar Tresor verschoben was ist das denn für ein Schwester ja wenn alles voll ist verschiebt er es woanders hin warte mal und wie lege ich das jetzt an übers Charaktermenü doch äh eigentlich oder ja genau oben steht Einsatzziele Fähigkeiten Ausrüstung kannste gleich noch machen machste gleich der aktuelle Held ist für die gewählte Kampagnenmission gesperrt gib ein ja es ist ne Black Widow Mission aber was wir jetzt alle Black Widow nehmen ne ne ich hab Black Widow das sollte reichen der Jixi John ist ja auch da 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 wenn ihr Leertaste drückt dann könnt ihr die Story überspringen ja bei mir kommt gar nichts ich häng in irgendeinem Bildschirm fest wo drück mal Leertaste einfach geht nicht Nils Video Sequenz dann hole ich mir kurz Eiswürfel und Cola danke fürs Regul also ich bin ich häng in der Dauerschleife fest und der Dattrupper danke fürs Follower bei mir danke für's da passiert nichts mehr hm hm seid ihr schon in der Mission oder nicht? nein nein ich hab so ein Bildschirm ja ich auch also bei mir wechselt gerade immer die Ansicht von Black Widow zu Thor und zu dieser zu dem Mädel und es passiert nichts ok und ich kann auch nichts drücken ich bin jetzt wieder in der Auswahl ich kann Held Gefährder auswählen und Mission starten kann ich hm ich kann Start drücken und drücken zum Hauptmenü ja ich auch nur vielleicht musst du musst du Naht nochmal einladen neu oder so könnt ihr auch nicht raus gehen also ich kann nur zurück zum Hauptmenü oder eben Spülbänden ist ja komisch wäre ich strange dann müssen wir wohl Hauptmenü Leute ja ja Hauptmenü genau Hauptmenü genau warum sind alle raus? weil die äh irgendwo verpackt waren grad muss ich verlaufen irgendwo Pyrodos bestes Game Digga ja dann Einsatzteam verlassen und dann neu machen oder was? ja genau ja dann laden wir mal an Bugvengers so ähm ich muss jetzt tatsächlich wieder ins Hauptmenü ja mussten wir auch nice nice Charles schaust du zwecks Red Bull eigentlich auch Formel 1? ich ja ja klar schaue ich Formel 1 hm hm gute Frage aber ist langweilig funktioniert die Munitionskiste aus Breakpoint auch in Avengers? ich glaub schon die ging ja auch in Sea of Seas also warum nicht auch in Avengers ja klare Sache wie lange streamen wir heute eigentlich? ich don't know wie lange geholt ich hätte 22 Uhr bei mir gemacht wenn morgen wieder und das ist Nulu und sagen wir 2 oder? das ist okay ja Stuhl Senpai hast du mich schon geladen? ich war doch ich war doch noch auf eine Einladung eine Einladung hält am Boden hab ich hält am Boden ich bin schon dabei wir können auch gar nicht beitreten 5 Jahre es tut mir leid sorry Jixi schlägt mich gerade in deinem Stream ich glaub ich muss erst eine Mission starten er hat ihn fehlgeschlagen er hat ihn fehlgeschlagen echt jetzt? oder? ich glaube ich muss erst eine Mission starten damit ich euch einladen kann mach das mal also bei mir wird gerade gefragt wie das Gameplay ist aber das Gameplay ist absolut Hammer erst der Stream und dann das Game kaputt gemacht ja so kennt man sich ja so kennt man sich böse Blicke nach Abu Dhabi jo ja ich weiß das ist ganz gut wann geht der AC Marathon weiter? wahrscheinlich am Donnerstag ja hab ich irgendwas verpasst in Abu Dhabi? ja den Sunshine Gamer der Charles kommt aus Abu Dhabi ja ich weiß ich hab gehört wir machen ein großes Treffen in Abu Dhabi alle ja auf jeden Fall ja klar guck mal hier alle Charles zahlt Flug guck mal der Pool hat der 31 Grad noch los komm weil hier ist es mittlerweile kühl ja ich war's Rodriguez danke dir für die 100 Bits im Beast Mode vielen Dank dir für den Support abermäßiger Support würde ich sagen abermäßiger Support genau ähm sind wir alle in der Gruppe? wer ist nicht in der Gruppe? warte 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 kannst du in der Menü schauen Menü und dann Soziales dann siehst du es und das Soziales das ist immer schön Herausforderung 1 so so Social alle da ja puh nix sorry kenn dich jetzt grad nicht vom Namen her da muss ich leider passen der Freiheit will auch mit nach Abu Dhabi dann machen wir das ja alle nach Abu Dhabi los kommen ich habe eh schon alles gemacht das ist das Problem heute was ist denn da wieder los? ich kann mir nur nach Abu Dhabi machen wir ein großes Treffen auf in Abu Dhabi auf Abu Dhabi in Dubai oder Abu Dhabi naja auch Dubai wie old der Schlecki noch mit Kraft 1 hast du noch keine Items gefunden? ja ihr lasst mich ja nicht ausrüsten man kannst du gleich in der Mission in Ruhe machen in der Mission geht das oder jetzt ihr Tab drücken Charaktermenü Charaktermenü ich komme immer ausrüstelung und dann einfach immer auf das Item gehen und dann einmal nach rechts und dann auswählen so und da und da ja einfach das höchste rein und den Rest mit F kaputt machen guck dir das an ja ready Skihalle in Abu Dhabi ja wir können ja noch in die Skihalle gehen ja stimmt Jixi geh mal Skifahren her stimmt komm mal auf Niko freut mich das am Start warte mal ich muss auch noch Start drücken ne wir sind alle auf dem PC unterwegs kein ähm äh sag schnell Crossover hätte ich fast gesagt kein kein Multi-Plattform-Game ey Demi der hat sich jeden Flex verdient so so in fünf Sekunden geht's los ich freue mich schon na endlich wieder dieselbe grillen in der Wüste da muss glaube ich einfach nur so einen so einen Spiegel aufstellen im Sommerjahr und da drüber machst du den Rost und fertig auf der Motorhaube grillen wenn du Bock hast ja absolut krass ja es schmelzen Armaturenbretter hier im Sommer ne wenn du nicht aufpasst was dein Armaturenbrett schmilzt ja nein ja deswegen sind die doch alle aus Stahl wahrscheinlich ne ne da tut man so eine Abdeckung drüber dann geht's Ja so eine Folie in die Scheibe es und nehmen einen Stoff Stoff müsste drüber dann geht's jetzt gar nicht mehr normal schießen kann jetzt nur noch diesen hier wwww. Du siehst dasselbe seh und lasert кот nice schöne neue Fertigkeit Ich weiß gar nicht, wie ich die Raketen... Ah, so geht das. Mit Steuerkreuz. Das check ich jetzt gar nicht. Die Dinger hier müsst ihr auch immer machen. Halte und HM. Lass nach dem Aufladen HM los. Was seid ihr hin? Wart ihr schon? Die Raketen. Okay, die Raketen sind okay. Die neuen Breakpoint-Trailer habe ich gesehen. Und habe es auch schon gespielt. Immer eine Kiste, Jungs. Jungs, hier ist eine Kiste. Vielen, vielen Dank, Ildemir. Du schenkst Tristan ein 6 Monate-Abo. Wow. Rund. Holy shit. Vielen, vielen Dank dir. Absolut krass. Danke dir dafür. Steuerkreuz, ich spiele nicht stark. Ja, ich spiele... Hingeflogen. Ja, ja, aber der ist schon wieder erledigt. Naja. Aber hier kommen noch mal. Hier haben wir ein paar Freunde hier, die sind. Hör mal. Rund. Immer drauf. Dum, 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 dum. Oh, damn it. Black Widow hat auch schon Bock. Da kannst du schön Jäger spielen. Ich glaube, das liegt daran, dass ich ein vollautomatisches Geschoss genommen habe. Das ist das Skill. Oh, da unten ist ein etwas fetterer in so einem Roboter-Dings da drin. Oh, das sind sogar zwei davon. Ah, mit, 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 mit Mausart. Ja, verstehe. Freunde gefunden, ja. Wo seid ihr denn? In den Superkampf. Ja, hier in der Mitte, ja. Passt. Ah. Hey. Ja. Seid ich hier unten. Ja. Emmett, ich hab oben noch Freunde gefunden. Ich bin noch oben. Ja, ich bin noch mal lieber Döner, Mann. Es zeugt ein bisschen Kolonien, Mann. Zweimal 160. Oh, das ist ein Böser. Und noch mal. Ich fühle mich gerade wie Iron Man. Vollautomatik. Das wird echt nachgelaufene Penner, tatsächlich. Oh, ein blaues Idem. Und jetzt, zack. Und rein da. Schwer zu treffen. Spiel Jäger. Spielt einfach Jäger, Freunde. Zack, zack, zack. Wer strahlt denn da wieder vor Stolz? Oh, oh, care. Auf der Street. Das ist hier eigentlich schon der Weg. Oh, hält am Boden. 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 Ich komm rein. Ich drück alles. Dann weg. Habt ihr nicht gehört? Zack. Wiederbeleben. Danke. Reift. Längst sie ab. Außerdem du warst nicht tot, sondern oder so am Boden hast du eine Kontaktlinsen gesucht. Das ist ein Unterschied. Das stimmt. Ich bin auch die Tote, Mann. Ich spiele immer meine Kontaktlinsen. Ja, Zero Death. Immer Zero Death. Hast du Kontaktlinsen in den Schatz? Wieder was? Hast du Kontaktlinsen? Nein. Ich habe tatsächlich nämlich neulich für einen Videodreh welche gekauft. Okay. In pink. Uh. Das will ich sehen. Für so ein Cyberpunk-Video. Ja, das siehst du dann irgendwann. Ich habe es aber noch nicht reingemacht. Ich habe richtig Schiss davor, die reinzumachen. Ah, das ist total easy. Genau, nach unten. Ja, das machst du. Oder hinter das Auge. Wenn du das fertig hast, schickst du mir WhatsApp. Ich guck mir das an. Ich möchte das sehen. Schick mir ne WhatsApp. Los. Die Feinde wurden besiegt. Los. Geis. WhatsApp. Komm in die WhatsApp-Gruppe. Was? 100.000 Euro Uhr. 100.000 Euro Wagen. Ich muss nie wieder arbeiten. Geil. Ich muss nie wieder arbeiten. Ich zeig dir, wie es funktioniert. Alle. In der WhatsApp-Gruppe. Schreib einfach. Ich will das. Ich mach's nicht. Nicht rein schreiben. Nicht rein schreiben. Ja, auf gar keinen Fall. So, Leute. Gegeneinander kann man nicht spielen, gell? Und dann einfach so. Hier, mach mit bei dem Glücksspiel. Wenn du Glück hast, gewinnst du was. Wahrscheinlich. Du kannst du wieder PvP spielen. Nee, das ist nicht. Das ist nicht, gell. Kraft 4 nicht schlecht. So. Schöner PvP. Schnell ins Charakter-Menü. Ja, ich bin schon wieder soweit. Servus, Ladl. 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 Genau. Guten Tag. Ich bin der Ladl aus Güten Tag. O-Zapf. O-Zapf. Achso, Fortfond kann ich drücken. Ich hab gar nichts besser, was wir bekommen. Ich drück jetzt Mission wählen. Ich geb dir mein Gratis-Erfolgsbuch. Da hab ich auch Bock drauf. Das Gratis-Erfolgsbuch. Auftritt, die Avengers. Ein Team von Shield-Agent sitzt beim Kampf gegen AIM. Ostküste. Haben wir den schon gemacht oder nicht? Mach jetzt. Komm jetzt. Los, rein da in die Masse. Wir wollen doch nur looten. Komm, alles für den Loot. Marcel will in die WhatsApp-Gruppe. Alles klar. Nee, ich dazu. Ezius Family, bestes Lied der Welt. Achso, du streamst auf YouTube und Twitch, ne? Du liest beide Chats, oder Gott? Ja, ich bin multitaskingfähig. Deswegen, weil ich guck auf Twitch, denk mir, wo liest denn der das? Ah. Die ist beim Cory. Ist klar. Ich werd immer in den Streams überlesen, wenn ich was reinposte, bei Fragi. Wenn der Corypheus was bei mir postet, dann immer so. Alter, wie geil. Ich kann's ignorieren. Und ich da reingedrückt hab und so. Hä? Wahrscheinlich sein Bot. Nein. Hat er zu seinem Bot gesagt, wenn der postet. Lösch gleich mal weg für mich. Unsichtbar. Pass. Weg. Ich sag immer rauslöschen. Wann Liste. Corypheus. Hi, ich bin's Cory von Corypheus Gaming. Und ihr seht heute PUNKT. Kennt ihr noch PUNKT? Ich bin etwas leise. Achso, mal. Dings. PUNKT. Von Dings. Huh. Das war ein Dings, ne? Ja, Dings. Kann mich erinnern. Wer hat eigentlich hier nicht auf Start gedrückt? Ich. Ich weiss nicht. Ah ja, mein Schatz. Ja, ich war gerade noch in der Kühltruhe. Ich hab gedacht, vielleicht hätte ich noch ein Eis. Aber ich hab kein Eis mehr. Ach, Kühltruhe, Alter. Commander Hill hat um die Hilfe der Avengers gebeten. Schleck wieder. Ah ja. Ed von Schleck. Ed von Schleck. Also wir wollen kämpfen. Ja, ich geh mal in die Kühltruhe. Mal gucken. Ach, Freundinnen und Freunde, ey. Schlecki, ich glaube, bei dir hat jemand eine Nachricht geschrieben. Bei mir? Ja. Wo? Der hat keine Zeit, der war in der Truhe. Also Vorsicht. Ich war in der Truhe. Ich war in der Kühltruhe. Der hat keine Zeit zum Lesen. Eine Grußanfrage. Das ist beschäftigt. Kann you mich grüßen? Bei mir hat keiner eine Nachricht geschrieben. Wer kennt sich jetzt hier aus? Keiner von Interesse wahrscheinlich, ne? Er hat auf zu fliegen. Wir können nicht fliegen. Kannst du nicht laufen? Mann. Ich lauf doch, Lade. Ich hangel mich von Ass zu Ass. Ich bin der König im großer Dschungel. Der coolste Kletterfrau. Der coolste Kletterfrau. Der coolste Kletterfrau. Der coolste Kletterfrau. Die Mission kommt mir bekannt vor. Wir waren doch gerade schon. Hier ist ne Kiste. Hier ist ne Kiste. So ein Feuerball, Junge. Oha, die Frau ist wieder so riesig, Mann. Da hab ich direkt. Danke dir. Das macht doch Spaß. Hammerwerfen ist gut. Ich sag immer, Hauptsache gut gegessen. Aber, Cory, ich kann nicht berufen, wenn du die Story spielst. Cory, die Story circa in zwei Stunden, dann weißt du, warum sie so gut wird. Ah, okay. Ja, wahrscheinlich ist die Kühltruhe angefallen oder so. Ich spoilere dich jetzt nicht, ja. Spoiler. Ich glaube, ich werde... Cory, geben Sie sich zu der Position. Ich muss mich jede Stunde einmal abkühlen. Ich muss immer einmal ne Stunde in die Kühltruhe gehen. Ja, ich muss meine Truhe. Gehst du meistens in die Kühltruhe? Ich gehe da richtig rein, ja. Ich hab ne sehr große Kühltruhe. Irgendwer kloppt rechts und irgendwer kloppt links. Wollt ihr denn jetzt hineingehen? Also, so Kühltruhen sind wirklich so ein... Ich weiß nicht, bei mir ist das noch ein richtiges Großmutter. Ach, da oben ist einer. Ja, moin. Alter, oha, oha. Wo seid ihr denn eigentlich hier, dieses? Hier am Dach oben, ja. Wie am Dach? Ja, hier. Also, nicht am Dach, hier auf dem Ding hier oben, ja. Ich komm mal nach. Oha, ich komm mal grad vor wie Spider-Man hier, weißt du? Guck mal. Corona. Trigger-Zorn. Corona. Ne, ne, ich war, ich war ja's testen. Ist das eigentlich ein Ding in Abu Dhabi? Ja, klar. Aber hier, wir gehen ja, ich muss, ich allein, wenn meine Arzt testet. Keine Sonne, alle Viren sofort tötet. Ne, ne, ne. Ne, Hitze ist dem Ding egal, glaub ich. Da oben fliegt ein, ein Bot rum. Oh, da ist ein Ghost. Äh, Houston, wir haben ein Problem hier. Jungs. Hä? Geht mal rum, ja, hinter euch. Andere Regeln. Oha, hab ich gekommen da. Dann krieg ich Panik. Oh, was ist das? Das ist ein Uwe. Siehst du, ich muss ein Schleck helfen, oh mein Gott. Oh, ein Uwe, Mann. Boah. Oh, mein Gott. Das hat dir einen Freund gefunden, nämlich. Ich bin der König im Affenstall. Ich helf mal aus hier. Der größte Uwe. So geht das Schleck, guck. Mach's gut, ich bin voll unsichtbar. Zack. Zack, Finisher, läuft. Boom, den haben wir richtig kaputt gemacht. Das ist richtig schön. Kann es sein, dass dein Nackt seine Ultis da auflädt? Ah, ja, tatsächlich. Aber die Finisher sind richtig gut in dem Spiel, ne? Die Finisher, teilweise. Der Beste auf der Welt, ja. Ich kann zeigen, dass es sogar. Wieder ein Agent am Boden. Wieder ein Agent am Boden. Schon wieder. Das klingt so richtig vorwürfsvoll, aber es ist positiv. Aber ich höre Isaac gar nicht, oder? Schlecki, wo ist Isaac? Ich höre gar nicht. Ich höre den auch nicht. Ich höre ihn aber schon lange nicht mehr. Sie ist so leicht in das Teil. Oh, hier ist so ein richtig krasser Dude. So ein Feuer. Das seid ihr eigentlich alle. Jetzt pass auf. Alter, was ist? Oha, Alter. Das ist die zwei der Plasma-Strahl. Das ist ein Boss hier. Komm, los. Mach den Boss fertig hier. Erstmal hier die Ads. Der stört mich wirklich. Ich kann meine Ultis nicht einsetzen. Eeeh. Eeeh. Gut gemacht. Gut gemacht. Dieses Trupp-Mitglied wurde neutralisiert. Aua. Ey, ich brenne. Der Angriff ist Adaptoid. Erstmal auch. Ich war ein Bogen. Der meistert jetzt so viel Rüstung, ey. Gibt's ja nicht. Das ist einfach nur so eine Feuerwalze, der Typ. Der gerüstete Frau, jetzt hat er nur noch Leben. Hallo. Jetzt kann ich in Packung. Mich nicht blocken, einfach Jäger spielen. Stimmt. Who needs the block? Ich habe Level 50 vor. Ich werde den Stream revolutionieren. True. Ziel ist keine Bedrohung mehr. Okay, okay, okay. Der ist tot. Warte mal. Irgendwas lebt hier doch noch. Irgendwas lebt hier noch. Auf der ganzen Map lebt noch. Ich muss mal... Da rennt so einer mit dem Hammer rum. Ach, schießen. Ich komme auf den Division 2 hier. Überall liegt Loot rum. Herzlich willkommen zu einer Runde, Division 2. Hier ist wieder euer geschützt. Hier nicht. Toll DLC. Schnitt einfach vor. Das hier wäre nur God's Recon Breakpoint. Ja, genau. Genau, richtig. Es gibt vier neue Helden. Ich mach mal so ein Video. Vier neue Helden im Breakpoint. Genau, richtig. Es läuft. Es läuft. Das ist das Jahr 2 Content. Aber pst. Das ist... Nee, das ist das Geheimdienst. Weißt du, das hat nicht jeder... Das hat nicht jeder! Kann nicht jeder zocken, ey. Erb, ich will dich bei mir im Chat nicht haben. Geh mal bitte wieder rüber zur Frage. Kontrollieren Sie Ihr Netzwerk lang genug, damit ich das Sicherheits- das ist irgendwie so ein Insights-Högel. Das ist total nötig. Der war schon so in einigen Streams bei mir am Start. Warum? Aktiver. Was ist denn? Ein aktiver Schwitzer. Weil er auch nicht keinen Bock hat, wahrscheinlich. Aua! Ich liebe diese Mission. Ich finde das geil, dass wir die nochmal machen. Ich merke es. Ich merke es Gott. Mach die eigenen... Boah, schön auf Jäger-Basis. Wie spielt man Black Widow eigentlich? Weiß das einer von euch? Mit Maus und Tastatur. Oder auf Jäger? Ich würde gar nicht sagen, mit Maus und Tastatur, oder? Ich will Kontrollen auf Jäger. Ich will Kontrollen auf Jäger. Ich will Kontrollen. Oh, wie ist das denn machen? Schlecki-Memes, ich danke dir für den Follower. Schlecki-Memes, bitte Mann. Der war für die besten Memes im Bereich Schlecki. Folgst du mir auch schon? Unglaublich. Ich glaube, oder? Ich glaube. Ich glaube. Warte, ich mach mir mal groß, wenn er nicht schreckt. Ich muss ja mal den Chat mal lesen, hier. Übrigens, Blinkwitzger, dir auch. Danke für den Follower auf Twitch-Rino. Hüah! Zack! Der hat nicht geklappt. Zack! Ich bin gekickt hier. Ich würde immer sagen, das kommt so vor als der Ruffy oder so im Spiel, Mann. Find am Boden! Enemy spotted! Held am Boden! Genau, Enemy spotted. Enemy spotted! Kommen wir jetzt hier wieder in den geheimen Raum? Ach, da ist noch einer. Die Plöppis sind jetzt hier irgendwo anders. Die sogenannten Happies. Ich sag rauf da! Ah! Der hat ein Schild! Komm, jetzt machen wir das Schild weg. Wir müssen hinten rein. Um es in Charles' Wort zu sagen. Der gefällt dir wieder, ne? 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 Der ist klar, weil... Der ist von Ladl! Reingeladelt und ungebradelt. Was hat jetzt vorher? Ach, wird jetzt die Tür wieder auf oder nicht? Kommen wir da überhaupt noch rein? Access? Also es gibt eine Truhe hier wieder. Ja, ja. Aber wie kommen wir da rein? Das Rätsel ist nicht lösbar. Wir sind nicht allein, sagt er. Okay. Vorher noch diese anderen Dinger zu aktivieren scheinbar. Ja, aber ich habe hier noch nicht einen gefunden. Die sind nicht da, wo sie letztes Mal waren. Oh! Ah, die Windräder sind's. Ah, okay, alles klar. Hier die Windräder. Ich habe das Windrad aufgeschlagen. Und dann geht eins auf. Und jetzt ist es blau. Wo ist denn das Windrad? Hier, guck mal. Zum Eingang wieder. Komm mal her. Oh, da. Oh, da oben ist auch ne Kiste. Ich habe einen gesehen, glaube ich. Aber ein Windrad weniger. Richtig, genau. Liebe, die sind die Windräder. Wenn die Windräder Dinge so schlackt, das Teil mal auf. Ach, da oben dann hast du ja schon. Sehe schon. Im ersten Stock war auch noch ne Kiste, ne? Ich habe noch einiges. Wo seid ihr denn? Ach, da drüben. Oder wo ist die Kiste? Ich bin hier bei den Lado. Oh, Cory, wo die Kiste? Ähm. Wo bist du? Ja, genau. Wer möchte, kann für das Chaos hier gerne noch einen Daumen hoch geben. Oder runter. Nee, nach hoch. Jede Meinung zählt. Ja. Meinungen. Aber es ist egal, ob rauf oder runter. Ja, weil gefällt YouTube beides. Das ist egal. Das ist richtig. Das ist egal. Ich fahre mich über jeden Daumen runter, genauso wie daumen hoch. Ich gebe zu. Ja, tatsächlich. Es hilft beides. Es hilft beides. Nice. YouTube ist es egal, ne? Ja. Geil. Armschienen. Ich habe einen Comic gefunden. Ja, nochmal. Den hatten wir doch schon noch. Ja, ich hatte auch so einen Comic. Da habe ich noch ein paar. Bitte beeilen Sie sich. Oh ja. Jetzt habe ich schon 13 Graf. Und Betäubungsschaden im Vollautomatikmodus abgefeuert. Du drückt hier. Um 15 Prozent. Und was gibt es noch? Großkaliber. Da liegen auch noch Sachen rum. Hä, da oben wird mir noch die Kisten da angezeigt. Und hier oben? Ah, naja. Da komm ich da hoch. Ja, komm mal wieder zurück. Fliegen über die Tür. Am. Ja, hier lang. Über diese selbe Tür. Da oben. Hier ist ein Eingang. Ach, hier oben, oder was? Ja, hier oben. Und dann da. Und dann da. Das ist ja voll geheim. Da. Ey, die Tür ist... Achso, ne, okay, die geht auf. Wie? Was? Wo? Achso, okay. Hallo. Ah, ja. Und hier hinkommen. Sie müssen mich in das Netzwerk von AIM drehen. Get it. Ah, I get it. Kann ich mal bitte Fragen abgrüßen? Frag nach. Grüße zurück. Grüße. Genau, Grüße. 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 Ganz liebe Grüße. Warte mal, hast du gerade meine Grußanfrage bekommen? Weiß ich nicht. Ne, von dir nicht. Ich hab das doch schon vor 100 Jahren gepostet. Vielleicht hast du mich geblockt. Natürlich hab ich dich geblockt. Ja. Selbstverständlich. Ja, ja. Komm, jetzt weiter geht's ja. Hast du meine jetzige Nachricht vielleicht schon bekommen? Kreativ. Nein. Also mit deinem, mit deinem Account. Also. Ja, dann hast du mich locker geblockt. Nein, ich hab dich doch nicht geblockt, Alter. Ja, ja. Ich hab's gehört. Er hat gesagt, er hat dich geblockt. Ich hab's gehört. Ich hab's gehört. Nein. Aber von dir erscheint er mir nicht zum Chat. Oh, jetzt müssen wir es anders machen. Echt, echt? Nein. Da ist nichts. Du verarschst mich doch. Nein. So, ich mach, warte. Ich mach dir einen Screenshot und schick dir das per Watson. Jungs. Ja, dann hast du mich geblockt. Jungs. Jungs. Wer darf Screenshots schicken jetzt hier? Ist so, ne? Wir machen Serious. Alter, die Mannstoppwirkung ist da. Ich bin Jäger. Einmal. Einmal. Einmal mit Profisse. Einmal mit Ladeln. 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 Reingeladelt. Ich glaub, die wird irgendwie eingenommen. Ja. Wir runden da mal auf. Ah, Alter. Was war denn der Wichser da? Kämpfer in der Ecke, Mann. Das hilft. Danke. Das hilft. Das hilft. Danke. Das hilft. Läuft. Muss man so sehen. Läuft. Ey, wer ist das denn hier? Waren wir schon fertig? Ach, ja. Fertig. Wo ist das andere? Der Schleck hier hat mich einfach geblockt im Stream, ey. Der Admin. Ach, ja. Oh. Freunde kommen hier raus. Rennt der weg. Gab es das bei euch eigentlich schon mal so, dass der Nightbot euren Admin geblockt hat? Oder gebannt hat? Nein. Nein. Beste vom Nightbot. Boah, das war bestimmt der Lars. Der hat mich einfach geblockt heimlich. Das kann sein. Blümel. Oh. Oh, wieso kann ich hier rumfliegen? Warum? Oh. Oh, was ist das? Guck mal. Lade. 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 Wow. Geban. Hallo位. Schiene Liebe hte. Chie Fish,idade weakness,acakschieここen. Ich bin in Aims Sicherheit. Kennt mit demm Schuss nachgeschossen. Entheil. Die sind total Cumple Они. Stürf. ich weiß bin ich habe keine ahnung mann sind doch irgendwo freunde oder haben wir jetzt alle freunde irgendwo laden oder ist noch ein laden der sowohl ist eine truhe ja hier hier ein freund rennt er weg ja unten liegt da mitten in der mitte ja aber gleich nicht mehr fertig was liegt denn hier in der mitte nix mehr oh hier ist noch ein dünner man da war da kommen noch ein paar gegner oha der gehört mir hey ich drückte beide gleichzeitig dann geht die scheiße hier nicht ich bin jetzt schön in aufzug hier war mal deine kralle rein dass er so was fängt warum gehen wir schon weiter ich habe hier noch gegner war mag fertig hier hallo geht wieder was wir ja das ist das best avengers des jahr 2020 das ist das krass ist gerade gesagt das avengers kreed odyssey ja meinst du das ist so ein ladl ja ich fühle mich wie so ein richtig richtiger jäger gerade einfach froh dass man sie auf jäger spielen kann also was fliegt da alles in der nacht ist wieder der lustige raum hier ja wechselung in dem spiel ist auf jeden fall sehr nice ja es liegt halt an der missionsauswahl von euch ne ach so dass wir bergern ja ich bin mir gar nicht schön läuft hier der night board der band aber auch rigoros raus ja ja ich bin ja war gut der fragt nicht nur der night board der macht ja wahrscheinlich zu viele bananen gibt er macht einfach so weggeladen weggeladen warum ich lege wieder rum oder was ne ne oha bin da finisher zack schön fertig oha ja ja nice das war easy loopen und leveln so schön du zockst zu viel auf shooter mit der widower ne ich will jägerungenschaft freigeschaltet ich habe commander hill einen treffpunkt zu abrufen gut gemacht nice nice episch einfach absolut hammer was wir da bekommen haben jetzt noch als lot oh ja alles im lode auf dem boot oh alles im lode auf dem boot weet episch ein lot gibt es auch eine taste womit man alles auf einmal zerlegen kann wahrscheinlich nicht ne 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 natürlich nicht es sind eh nicht so viele teile nicht so wie bei breakpoint wo du 500 sachen zerlegen musst gleichwertig hm wie hieß das andere spiel noch wo man auch so viel zerlegen musste evasion evasion ja genau so hieß das evasion die römer evasion löst man das ganz einfach man nimmt nix mehr mit das stimmt absolut nice um content zu strecken einfach dinge kaputt machen richtig ja einfach weg weg aber das war doch war das bei odyssey nicht auch nein ne was niemals gleich mal nein ne niemals ne schön auf jäger so ich hab jetzt jäger geskillt ich fand ja den bifrost den fand ich gut der legendäre wischer oh wer erinnert sich noch an die wischen ey unsere die wischen ich erinnere mich noch an das legendäre thompsonale hier die wischen mit der mit einer reinigungskraft drauf ne das war geil das war echt das war echt der knaller mit der ministerin von der leyen irgendwas was hast du denn da für einen spruch drauf gehabt oder von der leine ja ja genau der erfolg von der leyen leine ähm da hatte ich dann die von der leyen auf da ist ja klar also warum bin ich erste stufe war kriege ich nur drecksloot oder was warum seid ihr immer alle höhen du musst einfach nur den loot anziehen du musst immer den höchsten loot anziehen damit du höheren loot kriegst du ja aber scheinbar habe ich nur kacke kann sonst nicht schlotten na mission beginnt jetzt dann gucken ob der korypheus mich auch geblockt hat natürlich aber das kann ja gar nicht sein also wer hat mich gedrückt oh jetzt also korypheus kann bei mir schreiben vorn kann fragen bei mir nicht schreiben wahrscheinlich hat der der matze mal irgendwie so rechtsklick gemacht auf mich weil er antworten wollte oder so geblockt gleich weg geblockt mal gucken ob ich donation machen kann fragi jetzt wird ja gefragt warum du nicht immer um diese zeit streamen kannst das wäre top ja der mann muss ins bett der mann muss doch ins bett stefan ich stream ja immer von 18 bis 22 Uhr nochmal und nicht von 20 bis 22 Uhr ah ok fragi was es geht ja so muss ich da irgendwie noch was sehr das gebiet naja oh jetzt sind wir hier draußen cool weil ich habe jetzt einen anderen Charakter genommen nice ich würde aber richtig gern gegrüßt werden von dir kory fragt er dich grüß dich kann mich mal danach grüßen bitte ich grüß den charles ja ist doch toll schade ist charles dass du nicht streamst wirklich ja mal alles gut aber bei dir kommt dann ein Video oder was ja genau dafür live bei mir die Aufnahme in der Nähe für ein richtiger laden auf da steht eine truhe mit da steht eine truhe mit mit dem drinnen wasser ich bin ja immer schön aufs Neifert wer ist denn jetzt sehr alt ich verpasst ja ich mag dieses Gefliege muss ich ehrlich sagen ich habe auch irgendwie wieder bock auf das ist ja von Anthem ich wollte gerade sagen du kennst das ja von Anthem das Fliegen ne ist klar das ist auch quasi Anthem das Spiel ja ja als Iron Man schon ich verstehe nicht warum man die vollautomatische Pistole nehmen sollte wenn man die hochkalibrige hat da willst du in meinen Roboter rein ok hoch da wochenende sau sucht geil jetzt habe ich einen Gegner in der Hand und kloppt mit dem Gegner die anderen Gegner voll krass zack Spielhelden gibt es da eigentlich in dem Game 6 aber es werden noch weitere reingepatcht zum Beispiel Black Panther auf PS4 wird exklusiv der Spider-Man reingepatcht nur PS4 absolut und wer dann Hawkeye wird kommen wie gibt's schon wieder was PS4 exklusiv oder was? fangen sie schon wieder mit Sony die machen was wäre Sony hauen die Kohle raus und die Publisher voll na ja klar bin ja gespannt bei der neuen Konsolen was da kommt eine Konsole Master Race oder was? ok 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 oh 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 ja einmal hier auf das geheime Feld Anne was wo? ich habe auf das rote gedrückt hier habe ich ich habe gedrückt wo seid ihr denn? ich habe gedrückt eins fehlt noch irgendwo auf die Ladel da da muss jeder auf ein anderes oder was? ne 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 wir brauchen noch einen da oder was wir aufschießen müssen ich habe zwei schon abgeschossen ok na einer fehlt noch einer fehlt noch irgendwo muss ein rotes Teil sein gib mal bitte wenn irgendwas rot leuchtet seht man das muss man aufschießen dann bitte sehr bitte sehr ich mache mal den Erfolgssound gehört ja ah hui und wieder runter ja ist einer mit der Gelände ich denke naja warum? wo ist los? alter comic gefunden wie geil ist das denn? ist einfach ein böser schnell gucken seid ihr fertig dann gehen wir wieder hoch ja ich habe aber wie kann der fette Hulk hier hoch geflogen werden? ah egal physix physix na physix jumpy ja physix ein weirder iron man skin das ist tatsächlich der standard iron man skin ja man oh Cory Thor ist geil zu spielen ich wollte mir den Thor auch eines Tages mal ausprobieren wenn der MATCE satt ist den Thor zu sehen oh wir sind neu Black Widow ist mein neuer Lesungscharakter mit Jäger ah so ein schmerz ich heiße mal mit dir Roman machs gut auf mich ich habe so dass du am Start warst findest du da was Roman? jo Roman danke vielen Dank der ist dann in der School seid ihr eigentlich Donnerstag auch alle dabei? bei einem Forward Stream? ach ja stimmt ja ja klar was ist da? Ubisoft Forward am Donnerstag ach so Forward ich hoffe ich hoffe ich hoffe ich warte dass sie sagen ja wir machen grad die Vision 3 alles klar ne 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 keine Angst ja hab ich hab ich die Vision 2 geht noch ein paar hundert Jahre weiter naja Lado ist das nicht hoch? ist das nicht hoch? nein oh man da war noch ne Kiste bei mir wo ist's bei mir? wo ist's bei mir? weiß ich nicht weiß ich nicht ich bin in der Luft ich hab keine Ahnung wo ihr seid Alter ich hab keine Ahnung wo ihr seid ich bin hier hinten in Richtung Ladel aber warte mal Hike den sieht man von 3 km Entfernung das wäre aber trotzdem noch gut wenn es irgendwie nen Marker gäbe oder so dass man sich sehen kann ach ja danke oh das war epischer Loot nice alter den kannst du gleich mal abdrücken ey was macht der gerade eigentlich der hilft dir nix mein Loot weil der ist immer für den Charakter angepasst das ist die Kerne der Station das ist fürn Charakter lade ich die anderen sind da hinten jetzt bei den ach ihr seid da hinten noch servus Nio servus Nio hallo elegant wie ich heute die Lüfte schwebe ne ist doch beteiligen soll ich was geht der Eisenmann das kann ich nicht woanders geht ihr da hinten noch was ist hier denn alles zieh ich mal mit aber jetzt nicht mal mit ich treff die nicht die Täter ich würde mal die Kontaktlinsen reinmachen wer ist denn hier schon am Action machen ist das der Matze das bin ich ich bin auch dabei ich bin auch dabei ich bin auch dabei ich bin schon unterwegs hier vorne oder was macht das Spannung ohne uns leg mich an mal leg mich an mal DER ENERGIEKERN ist auf Platz auch ich habe mal gegessen ja 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 hallo wie das ist aber sowas von ja hier hier ordentlich geschmacksverstärker ich ja irgendwie finde ich langweilig bei der optisch keine veränderung bringt ja aber er bringt dafür auch spielerisch keine veränderung dann wird es besser die zahlen sich ein bisschen verändert er der ist halt der es ist mit origins nutzt da wo du ein outfit hast aber immer wieder auf die normalen laden hier ich schicke dir mal ein laden lang in staat deutsch österreich deutsch österreich ist ladenscheid meinst du ladenscheid ja ganz oben halten erst öffnen halk erst jetzt darfst du halt mal einer muss halten und die anderen müssen drauf gelaufen gehalten weil die kommen von unten hoch geht wie da ist ein fetter brust wo ist ein fetter brust und wir sind von der boss viel viel dank groß riege ist für die 100 bits verdrige sagt vielen dank für die behalte ich bin dir hier so danke für die lichte zug langsam läuft es mit tor tor und ich wir kommen gut miteinander klar ja das ist das wird so eine so eine romanz ich fühlst du es schon oder was ich fühlst du es schon ich fühlst du es schon ich fühlst du es schon richtig rechts in die fühle ich bin da noch was alter bam bam jetzt mach den ganzen boden kaputt sorry oh guck mal da in 200 meter ist noch eine krasse überraschung jetzt war ein bisschen verbuggt ja dann schlägt mal wieder völlig voraus man sieht sogar unten drunter fällt das zeug sogar runter ja ich will wieder fliegen aber wenigstens bin ich spiderman was das alles wird doch was irgendwas neues angezeigt ja ja wir laden da gerade schon hin ja das war aber wenn du nicht fliegen kannst du bist du halt absolut er hat es darada sagt eigentlich immer dann wo man hinmüssen 270 meter ja wir müssen das triangulieren jetzt ja drei von uns dort weil ich hab ich wieder keine ahnung wo ihr seid ja wir sind dort lang zum glück kann ich fliegen bei mir gibt es nur truhe als ob du wo ist mir da wo die ganzen gegner sind aber im hammer ich sehe euch gar nicht mehr auf der map warum vorher habe ich euch immer gesehen ich brauche Energie um ich sehe hier nur gegner wer kloppt denn hier noch wer sind das hier was soll ich nicht hier ausgehen gepostet wir müssen erst die truhe looten das ist ja Prio Nummer 1 wo seid ihr alles muss versteckt sein 1 aufgepasst ich rolle ich bin bei Jars aber ich weiß auch nicht wo wir sind wie bei der beta das sind die anderen irgendwie hat sich scheinbar verlaufen der gute keine ahnung und treff ihn nicht oh mann alter ey da sind zwei boah warte ich hör mal mit oh da kommt noch einer um die Ecke wir haben heute schlechte Entscheidungen so komm schon ein schöner wendiger Buff Stufe 9 Leute also triangulieren wir jetzt oder was oder nicht ja wir machen jetzt erstmal hier die Labeltruhe ich hab keine Ahnung wo der wo hier ist hierbei hier ja da komm mal zu mir bei uns bei uns ach wo warte da vorne leuchtet das grün okay das heißt hier wart ihr auf jeden Fall mal ich da ist der Corey wenn es der grün leuchtet vielen Dank FUP Alter 15 Monate ja total ja total ja total ja total ja total vielen vielen Dank der FUPI ich hoffe dir geht es so richtig gut und du farmst so richtig schön ich weiß gar nicht ob zwei Dingsbums reichen um das zu öffnen hier wo man überhaupt reinkommt ne ne warte mal da wir sollten eigentlich nur weiter hinten was aktivieren da seid ihr ja weggeflogen oder weggelaufen eins zwei also zwei habe ich hier schon mal gefunden ich hab noch einen eins ne einer fehlt noch einer fehlt noch können wir hier noch mal ein bisschen rumladeln du Typ du selber ich merk schon das ist mein neues Macface ey das ist nicht gut ja ich kann das ist nicht gut die ladeln hast ich eigne mir immer so komische Sprüche an die ich selbst kacke finde ja läuft bei dir ne läuft absolut mit allen das ist das hier hier kommen wir jetzt rein oder nicht Jo Tür geht auf finally finally Wo geht die Tür denn auf? Wo ist denn die Tür da? Ne, hat nicht geklappt, war zu spät. Jetzt da. Oder nicht? Na, wir müssen alle nochmal aktivieren, glaube ich. Einmal nochmal da hochradeln. Genau. Jetzt. Wie soll der denn aufgehen? Einer fehlt noch. Wie geht das an? Wie geht das an, ey? Hä, wie fehlt denn noch einer? Ah, du musst da rein. Jetzt ist grün. Ich seh's. Guck mal, hier ist aufgegangen. Da ist ja gar nix. Ja, hier bei mir. Bei mir. Hallo. Ihr hättest auch so reingekonnt. Durch den Band. Hier, da. Aber hier muss jetzt auf sein. Irgendwo. Ja, hier. Bei mir. Bei mir. Bei mir. Mir ist an mir, ne? Mir ist an mir. Nice. Mir. Oder mir. Oder mir. Also da müssen wir den Epics geben. Damit sich das lohnt. Alter Scheiße. Diese Mikrotransaktion, darum wird das Spiel gebaut, Jo. Jo, klar. Und was auch sonst? Um Content? What? Ja, nix wird gefördert hier. Nix wird gefördert. So, gehen wir jetzt weiter hier? Jo. Hier hoch oder wohin? Hier ist doch so ne Tür da vorne. Ja, eigentlich war da hinten noch was gezeigt. Hier nach ist immer gut. Also hier. Wer ist mir? Das Schlecki. Aber wenn wir triangulieren, müssen wir in diese Richtung hier, ja? Ja, okay. Dann gehen wir mal der triangulation. Aber hier kann man nicht hoch. Da wirst du geblockt. Hui. 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 Sechzig Meter. Fünfzig Meter. Mal gucken, was ich da vorne triggern kann, ey. Ah, hier rein, glaub ich. Hier ist so ne geheime Höhle, die niemand kennt. Wo bist du denn? In der geheimen Höhle. In der geheimen Höhle. Ach Gott. Was ist eigentlich das? Ah! Es geht schon weiter, wenn ich da drauf drücke. Oha. Hier ist so richtig geheim. Oh. Ja, perfekt. Ich glaube, bei mir geht es weiter, wenn ich da drin stehen bleibe. Ich habe hier einen geheimen Bunker. Seid ihr noch ungefähr an der gleichen Stelle? Oder einen Tick weiter hinten? Ich bin jetzt bei dir. Ich habe hier einen geheimen Bunker, Leute. Wir sind auf jeden Fall richtig. Ich auch. Ich habe hier einen geheimen Bunker. In der Nähe ihrer Position befindet sich anscheinend ein altes Schieblager. Mit Blut. Eine Kiste schonmal. Zwei Kisten. Ist auch gut. Hey, seid ihr weiter an das Tor, oder wo seid ihr jetzt? Nee, da. Hier, du musst runter. Engulieren. Runter. Drei Kisten sogar. Schieß mal jemand in die Luft, dann sehe ich das. Warte. Eben warst du doch noch... Du bist doch Hulk, oder? Nee, ich bin Hulk. Ach so. Seid ihr hier bei mir, oder was? Also ihr seid neben der Höhle. Ich find euch gar nicht. Ich bin auch drinnen. Hier gibt es so einen Bunker. Also wir sind im Bunker hier auf jeden Fall richtig. Ach so. Ihr seid unten schon reingegangen in die... In der... Ah, da läuft ja, Mann. Auf Controller, Steuerkreuz nach oben drücken, dann werdet ihr angezeigt. Wahrscheinlich ist es bei euch auf V. Ja. Stimmt. Ja. Aber hier gibt es nur Loot. Das ist so ein Loot Cave. Hä, wo seid ihr? Nee, aber wir haben ja irgendwas getriggert. Wir haben jetzt nicht mehr den Radar drauf, sondern jetzt als Aufgabe den Hyper-Schaltkreis benutzen. In welches Loch seid ihr da rein? Der Hulk ist übrigens bei mir komplett gebackt. Der... Er schwebt nur durch die Gegend. Der läuft, ne? Siehste. Oha, was ist das? Kommen wir vor wie bei Elfen. Warte mal. Fragnath, Corypheus, Hulk. Halte. Mhm. Drücke. Mhm. Drücke während eines Prinz Blum. Einen Kick. Den brauchen wir. Fuck'n Punch. Meiner Meinung nach das beste Spiel der Welt. Jetzt können wir wieder raus und der Quest nachgehen. Warte, warte. Den brauchen wir zerlegen. Den brauchen wir zerlegen. Wir haben so viel Scheiße im Inventail. Das gibt's nicht. Zerladen. Wir looten zu viel hier. Da ist der fette. Der laden. Wie viele Truhen waren hier unten? Ich hab zwei. Drei waren hier unten. Drei. Ja. Genau. Eine im Wing of Destiny, eine im Wing of... Devotion und I'm im Wing of Madness. Ich wünschte nicht mehr so schnell wie Thor beim Fliegen, ey. Ich kann hier nur lang hüpfen und... Wir sind immer noch unten in der Hülle. Wo ist das denn jetzt hin? Wir gehen zur Quest. Da kommen einige unfreundliche Gestalten. Habe ich gerade gehört. Oha. 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 Gemeinsam unbesiegbar. Brauch ich nicht hinlaufen. Nice. Danke. Anziehend aussehen. Go. Anziehend aussehen. Boah. Boah. Das stimmt. Es sollte eigentlich ein Monster Hunter Film rauskommen. Jetzt irgendwann. Habe ich nichts gehört, Alter. Haben sicherheitshalber nicht raus. Ja. Lieber nicht wahrscheinlich. Von Corona befallen gewesen. Alter, was ist denn mit dem Hulk los? Backt der bei euch auch so rum? Suchen Sie eine Truhe mit Ausrüstung. Ja. Ich schieße den Hulk ab. Bist du netter? So. Wir werden siegen. Ja. Sie müssen auf das Terminal zugreifen, um die Turbinen zu helfen. Jetzt geht's ab, Leute. Ich sehe es schon. Laser Time. Oha. Das sind echt viele, Mann. Ja. Deswegen. Zack. Boom. Und into the Masse. Sind sie direkt tot? Ne. Pass auf. Das mache ich hier noch. Bumm. Jetzt sind wir fast daumen. Macht auch Boom wahrscheinlich dann, ne? Ah, warte mal. Man kann da nochmal so, äh, komische Kästen aktivieren, wenn man reinschlägt. Kästen. Kästen. Könnt ihr die mal die Wände machen da oben? Das sind so Fliegeteile. Oh. Schön in die Ecke gedrängt. Ach da, ja. Warte mal. Weggebangt. Ey, der lässt mich nicht. Alter. 2300 Damage. Oha. Jetzt bin ich auch festgefroren. Was für ein Spaß. Und jetzt hier reinladen. Pass auf. Der gewöhnt das nicht an, ja? Ja, ich muss echt aufhören damit. Ich frage nicht. Heute ist offizielles Ladelverbot. Kann mir jemand helfen? Nein. Ladelverbot. Wir sind doch jetzt schon wieder in dem selben Bereich, Trimit. Doch, komm, Dickel. Aber nicht in den Werbespot rein. Sorry. Das war eine Kugel hier. Ja. Ich hab hier mal rumgedrückt hier. Ja, ich hab auf und drauf gedrückt. Der Daddelautomat hat's auch Let's Played. Zu groß. Ja. That's what she said. Jetzt müssen wir warten, weil's vorbei ist. Weil's rot ist, oder was? Genau. Also, der Hulk aktiviert jetzt das. Ja, okay. Mach ich das? Kann ich. Ich probier. Okay. Ja, ich... Das muss doch kün... Achso, das ist schon aktiviert, glaub ich. Ja, ist das. Okay, das ist aus jetzt bei mir. Ich hab auch noch ein... Ah, warte, hier ist noch eins. Und hier. Wahrscheinlich wieder vier, ja. Ich hab noch eins. Ich auch. Hast du eins, Vicky? Jo. Und damit herzlichen Glückwunsch. Wir haben das Rätsel gelöst. Das ist mal ein direkten Video. Hier ist es nicht. Wo ist die Truhe denn? Danke dir, Stefan. Jo. Jo. Ist irgendwo. Bitte sehr. Ich hab's geöffnet, die Tür. Geh rein jetzt. Weiß, Alter. Wo ist die Truhe denn? Hier. Wie hast denn das geöffnet? Äh... Mit... Ich hab reingeschlagen, wieder auf Bekloppte mit dem... Hab ich eben auch gemacht. Hat nicht geklappt. Naja, egal. Ich hab hier so ein Kotristall, Leute. Bist du nicht so stark, wahrscheinlich. Uh... 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 So. Bin ready. Der Hulk. Zerstören Sie die Turbinen. Hulk. Zerstören. Genau. Geh mal rein. Ein Hallo von mir. Hallo. Charles ist da. Hallo. Ist einfach legendär, deine Begrüßung. Ein Hallo. Charles ist da. Aua. Das ist immer cool, wie jeder so seine custom Begrüßung hat. Ja, klar. Und das darfst du auch nie ändern, ne? Da... Ich hab's einmal verändert, haben sie gesagt, nö. Ne. Ne. Geht nicht. Geht nicht. Meine Begrüßung ist heute. Ja, stimmt. Heute, Leute. Heute. Heute. Bei dir ist heute. Du trinkst meine Corona. Gutes Haus. Fuck. Das haben auch schon viele YouTuber übernommen jetzt von mir. Ich trink nur Red Bull, also. Ja. Aber nicht auf Nadu bleiben. Schwierigkeiten. Gibt es ein Nackt-Outfit für Black Widow? Mhm. Fragst du für einen Freund wahrscheinlich hinterher, ne? Ich bin auf PC bestimmt ein Mod. Wie ich dich kenne, fragst du für einen Freund? Ne, genau. Ich frag für einen Freund, genau. Frage für einen Freund. Was ist das für ein kleines Viech, alter? Ein Freund. Das sind extrem viele. Ja, ich bin nämlich gleich erledigt. Das ist die IE ist tot. Das ist die Heilung hier. Warnung. Ich mach Unsichtbarkeit hier. Ich geh mal zum Koryphius. Und da ist es noch 13 Sekunden. Oha, unsichtbar. Ja. Krass, oder? Unsichtbar, alter. Seht ihr das? Ja, das ist schon ein nice. Ein nice. Ja, nice. Ich bin ohne Meno. Ja, nice. Bam. Alter, ich wollte gerade sagen, Digga, wie viel Sinn. Oha. Erstmal hier. Und die Backe hier, das ist der Hammer. Wow, was ist das für ein krasser Angriff, Schlecki? Das ist Bifrost. Ist das die Tasse 3 oder 2? 3. Ah. Das ist der Bofrost. Ich blieb mal kurz auf, wie würden da Epics droppen. Ah, Digga, das war gerade Bofrost aus dem Tiefkühler, oder was? Ja, das ist genau. Frisch aus dem Tiefkühler. Bif von Bofrost, oder ist das Gott? Bofrost ist für alle da. Oh, ist das? Laser machen. Laser, 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 Laser. Aua. Und jetzt geht's in den Babo hier. Wir wissen, wer der Babo ist. Hab die Abi ist in den Lambo und Ferrari sitzt. Ah. Ich bin echt ein großer Haftbegriff. Boah, ich bin sogar größer als alt. Ippisch ist das eigentlich. Aber ich find's schon gut, ne? Aufkloppen die ganze Zeit. Volles Rohr. Ja. Find ich schon gut. Da muss ich mal ehrlich zugeben. Der narrative Inhalt gefällt mir auch ganz gut. Ich find halt blöd, dass immer die Orte da so gleich aussehen. Kontrollieren Sie Ihr Netzwerk lange genug, damit ich das Sicherheitssystem von Ihnen infiltrieren kann. Oh, das ist traurig. Sorry. Energieflut. Heldenfähigkeit bereit. Ich könnte mir mal die Fähigkeiten durchlesen. Oder ich könnte sie einfach drücken. Stimmt. Einfach drücken. Klingt gut. Wart mal da. Serverhacken. Ach. Ne, hä? Irgendwo wird mir noch eine Kiste angezeigt. Nehne den Hackischen Höfen. Ah. Oh, hier sind Schwimpfler. Beginne jetzt mit Hackfleisch. Geheckt es. Brunz. Ich hab mal reingeklatscht und umgelacht. Aim hat die Kontrolle über ein Terminal zurückerlangt. Reingelangt? Aber man muss ja gar nicht kloppen. Ich habe die Kontrolle. Wie, ich muss nicht kloppen? Ist doch langweilig. Nur draufstehen. Einnehmen, ne? Du merkst so einen Stein besorgt. Mir hat das Spiel ein bisschen zu viel Abwechslung, um ehrlich zu sein. Ja. Meine freie Meinung. Naja, was hast du erwartet? Hey, hey, hey. Oh fuck. Nein, ist das Spiel. Viel mehr Monotonie. Ich bin Diablo 3 Fan. Ja, okay. Bestimmt, korrekt. Boom. Die Finisher. Weißt du. Bam. Die spinnen, die finnen. Alter, oha, Digger. Wie geht die Scheiße? Oha, Digger. Digger, Digger. Digger. Digger, die Ding da. Digger, Digger. Digger, Digger. Hä, ich werd hier gerostet. Gefrostet. Keine Ahnung, was passiert hier mit mir. Guck mal, Leute. Ich bin auch gefrost. Ich kann gar nichts mehr machen. Ah, jetzt geht's wieder. Ja. Die Frage, äh, Frage ist, ist das Spiel only Coop oder auch PvP? Äh, ich glaube, Singleplayer und Coop. Ja. PvP, nein. PvP, nein, nein. PvP, nein, nein. PvP, nein, nein. Das wär's. Wär eh nix. Das wär echt. Das wär echt komisch. Ich habe die Kontrolle. Oha. Oha. Ich bin ja einfach so ein Sith Lord, der mit seinem Schwengel rumdengelt. Aber den Roboter juckt's nicht. Ah, Gott. Ah. Ich bin in Aims Sicherheitsnetzwerk eingedrungen. Ah, jetzt hat's fertig. Moinsen. Das war's. BAM. Nice. On time sogar, hey. On time, Jörg. Ja, das ist eine Punktlandung fast. On time. Okay. Jetzt mal schauen, was ich Schickes bekommen hab. Aber bockt schon irgendwie. Das soviel bockt. Auf jeden Fall, ne? Wollten wir sagen. Das bockt. Aber ich finde nach. Ja. Nach zwei Stunden ist das Hirn auch echt weich gekocht. Ja. Wir haben auch gut was vor uns. Im Moment sind alle Projekte in Venture Rich offline. 93% Zufriedenheit. Nice. Wir sind fast im Endgame, Jungs. Beste. Also Square Enix verzeichnet ungefähr 100% Kundenzufriedenheit an der Stelle. Ja. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wie immer. Ja. Es ist Quenix. Sorry to see. Ich kenn's von Final Fantasy 14, ne? Also hier bei SE. Brauchst du ja nicht überlegen, ne? Ja. Das ist so. Um ehrlich zu sein jetzt zur persönlichen Werbung. Nein, ich krieg nix von denen. Ha. Keine Sorge. Ein bisschen Boost, Alter. Ah. So. Da haben wir mir jetzt aber schon Sorgen gemacht. Wer macht denn jetzt die sexy Art Mod? Das kann doch eigentlich nur Fragenarten haben. Wie? Hä? Wir sind doch gar nicht fertig. Doch. Fertig? Hä? Wir haben fünf vor. Ich würd sagen, wir machen noch einen grönenden Abschluss. Ja. Ja, okay. Einen anderen noch. Einen kleinen noch. Ja, ey. Einen kleinen. Aber nur einen kleinen. Cory ist drauf. Jetzt hat er schon zehn Kraft. Jetzt geht's los. Jetzt ist er motiviert. Weißt du? Jetzt ist er motiviert. Cory ist halt echt okay mittlerweile. Absolut. Äh. So. Fortfahren. MMO ist es. Keiner Tagsgeber. MMO ist es. MMO ist es. Keiner Tagsgeber. MMO ist es. MMO ist es. Wenn du es sagst. Glaube ich es dir. Okay. Ist das Spiel MMO? Oder sind deine Umissionen? Nee, es kostet. Kostet der Battle Pass bei den Charakteren jetzt eigentlich was? Nein. Und Hallechen Yulex, Alter. Hast du eigentlich auch Avengers? Hallo Yulex. Hallo Yulex. Ansonsten stirbt man. Hallo Yulex. Ey cool, mit Drogen klappt es immer. Wie du am Start bist. Manchmal sage ich auch, sonst sterben süße Babykätzchen. Da sind halt alle immer sofort. BAM! Ja. Ne hast du nicht. Oh ne. Okay. So. Okay. Wie ist das jetzt mit dem Battle Pass? Muss man den pro Charakter bezahlen oder nicht? Muss man nicht. Muss man nicht. kostenfrei machen. Und dann braucht man. Also ich glaube, man muss täglich spielen, um es wirklich zu schaffen. Okay. Gemeinsam unbesiegbar. Für mich. Erst auf die Türme hier spawnen am Rand Türme. Alter, es ist hier los. Oha, Alter. Du bist so gewinnt. Oha, da geht aber richtig gut runter, ey. Mach mal die Dinger an der Wand bitte. Ja, weil die. Ja, mach ich mal. Ihr habt dann irgendwie 5 oder was. Ich mach mal einen Finisher bei dem. Achtung. 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 Maschine kaputt. Ich hab Battle Pass voll und noch 10.000 V-Bucks. Ich hab noch Battle Pass voll und noch 10.000 V-Bucks. Achtung. 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 Zwiebelhauptik. Alle Optiken zusammen. Absolut scharf. Aber es geht aber nur auf die Grafikkarte gebracht. Die CPU überhaupt nicht. Der ist sowieso voll. Nur Grafikkarte. Alter, heute gab es bei mir gebackenen Kammerbeer. Muss ich grad an den Gegner genauso grill wie den Käse in meinem Ofen. Achtung. Alter macht der Käse. jetzt hier weg müssen wir erst schon tot so freunde was geht das war so lecker ist das spiel den vollpreis wert 60 euros sorry dass ich frage wegen euro nur zur erklärung ich wohne ich in europa drum wo sind rum habe ich gefragt wie viel euro das ist aber wichtiger wenn meine wahrheit ist dass das für dich keine rolle spielt schleckige ohne worte warum das denn ohne worte schleckige ohne worte ist ein bisschen schüchtern meistens der hier damals auf der gamescom also ist mit dem wasser hier ist ja wie verpackt jetzt nicht mehr die finishing schon echt cool wenn der finishing und besiegbar deswegen lohnt es sich teils einfach nur finishing muss zu machen ich würde mich nicht getrocknet werden und finish in sauna kann ich auch empfehlen indisches für die langen aber das ist eine mission die man zum spieler bin empfehlen konnte zocken wir locker noch eine halbe stunde ist in level 4 ist ich weiß wir jungs ich weiß wie ich in welchem fahrrad ergang kann ich schicke ihm eine whatsapp mit leilen 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 das kann dass ich die kann anhören dann aber aufs feinste kannst du üben dann was geht hier ab alter oha was gelockt wenigstens richtig abgeladen oder das ist dort das sind zwei sogar oh gott oh man hier ein paar fähigkeiten aber die sind gestört durch irgendwas oh mein gott oh mein oh mein gott helder boden helder boden heldenhoden ich frage für den freund ich frage ich denke den anderen ab ich denke den anderen auch danke das ist schwierigste mission der welt ja ja 20 20 20 21 ich bin fast da und gegen welche bugs eine energie mehr erleben ja gleich alt da müssen was grün ist ich brauche das grüne das ist nur angewählt hier die kammerbär schwierigkeit das angewählte die röst zwiebelniveau gerade mit röster rum mit röster rum knackig hält am hoden stufe 8 läuft ich werfe mit steinen jetzt stufe 8 gez jetzt geht es hier hast du eigentlich schon die raketen corey ich kann nur sagen die raketen die sind so gut die machen nämlich nicht ich bin ja nicht das ist das große das ist das große hohohoho ja das ist das große da kommt ein ganz weiter komm mal bitte zu mir hin weg bitte wir fokussieren uns auf dieses gerät weil das macht ein schild wo welches gerät sieht er mich ich muss das mal sehen ich bin hier von euch aus vorne rechts das ist ein riesen teil ja ne oh gott das sind zwei Einfokussieren, bitte. Es sind zwei. Welchen von beiden denn? Ich hab mal... Den rechten von euch. Einfach beim Ladegucken. Ich hab den einen hier schon relativ down. Oh, ich sterbe. Hält am Boden. Vorsicht, da geht gleich alles in die Luft. Ja. Ich stelle mich da rein. Läuft. Natürlich ein Stefan. Dein Leser-Typ. Da muss ich irgendwie ein bisschen nimmer die Ultis dafür aufgeben. Das ist ja ein Eckeslayer. Leckt mir mal. Wir haben halt teilweise richtig brutale Fähigkeiten. Ja, der eine da... Dann macht er auch Ladel am Boden. Hier stehen die Leute noch Typen rum. Zum Glück stehen die nur rum und greifen nicht an. Oh oh, Tor, pass auf. Auf geht's, Tor schiefer Tor. Ich kann den nicht an. Ich kann den nicht an. Wegen her. Aber jetzt noch. Ich spiele im Team, ja, im Team. Ja, ja, ja. Im Team spielen wir. Ja, immer. Nein, im Team spielen wir immer. Hat er nicht gesagt. Normal, ne? Ist er nicht gesagt? Guck dem Typen ja. Lass uns noch sammeln. Reassemble, wenn wir uns. Könntet ihr mal zum Hulk kommen, Jungs? Guck mal, der buggt hier rum, oder? Ich kann nicht kennen. Ja, ne, es geht weiter irgendwie. Ja, aber der eine Typ, der ist unverwundbar irgendwie. Was man da so langsam nur drehen kann. Auszeit! Alter, Digga, die gehen übel ab. Wo ist denn? Aber du, der Monster Hunter Gamer. Er schüttert das ja nicht. Monster Hunter Gamer muss das eigentlich nicht schlafen. Er denkt sich auch, ey, was ist hier los? Sind die zu schnell tot als Monster Hunter Gamer? Ja, eben. Das war ne, ja. Darum sag ich ja. Und Kills müssen rein. Du siehst doch, wann sie tot sind. Ja, ja. Klappe zu. Döner tot. War da einfach so ein Fenster. Du für elf. Ja, Alter, Fett deported. Ja, Mann. Ist da noch was? Oh, noch ein Dücker. Ebenfähigkeit, bereits. Bam. Aua. Jetzt kommt hier der Jedi-Ritter. Komm. Digging, wir was grün. Jetzt kommt es nicht. Wir fallen. Auch ein paar HP. Die HP Baxter. Guten Abend, Eddie Raya in Teamstuen. Yo. Was geht gleich in die Flänke? Oh mein Gott. Ich bin wieder da. Ich bin wieder da. Okay, da ist nochmal ein neuer, glaube ich, gekommen. Oder das ist kaputt? Ja, kaputt. Ich halte überall rum. Sollte man verbieten. Zweieinhalbtausend. Nice. Easy. Noch ein bisschen Leben bekommen. Was haben wir? Welle 7. Das fangen wir. Nähen uns dem Ende. Jetzt treuft doch. Jetzt treuft doch. Die schnell. Dammit. Wie lädt man eigentlich diese Fähigkeiten auf? Ich check's dir. Ich sollte nicht AFK-Skill in den Kampf. Mit leichten Angriffen. Leichte Angriffe, Corey. Okay. Oh oh. Das war ein Finisher. Ich hab ihn zertreten. Die brennen dann so wieder raus. In den Moshpit. In den Moshpit. Die kleine Schiff. Oh. Zack, zack, zack. Wir müssen wirklich Fokus-Fire machen. Aber hier ist doch auch ein Futterspitzes, ein Fire-Typ Jungs. Nä. Hier. wir sollten probieren what the heck ich bin grad voll verbuggt gewesen gerade du solltest eher fliegen und raketen schießen noch eine empfehlung das war jetzt gut schlägt das haben wir richtig gut gemacht muss ich auch sagen schön fokussiert gewesen was ist so wie die ja so muss es halt sein ja ganz genau fokussiert gott alle nachladen oder der eine typ der will nicht weg hier da steht immer noch um ok geht wieder los in der mitte wo das einer mit so ein riesen starb alter schwede was geht denn jetzt da bleibt ich glaube das wird jetzt nix größere hier jungs oh oh halt am boden halk am boden der große mit fertig ach du der große der ist wir sollten irgendwo hacken an einer säule sind halt hier mitten im geschehen bei den tun nichts gut also ich finde der gruppe modus meld am boden wir sollten bitte jetzt so ein bisschen hier hinter der säule gehen am besten wird das nicht schön hier sind noch ein paar so eistypen hier gott gespawnt war hier so ein paar kleine raus corey deine aufgabe wäre es am besten vor allem überm geschehen hinten so zu flankieren und und einzelne rauszupicken ist es so die frühe mich gerade an die typen ja halt aber sind doch lös einzelne märzensegen rauszupicken das größte geile die gegnerisch die da jetzt mal ankam alles gegen oktober ehrlich ja muss auch sagen ist es besser als ich gedacht habe ja viele flamen es einfach weil weil es halt internetkultur ist was zu flamen ich habe es ist wird ja mittlerweile alles geflamed ach manche zeitungen auch wenn manche so internet gaming zeitschriften wissen ja nicht was sie schreiben mehr sondern flamen sie lieber ist die sagen es ist gut also negative kritik bringt halt aufmerksamkeit ich kann dir jetzt schon sagen dass momentan der größte hype wird ja eigentlich um cyberpunk gemacht und wenn es dann draußen ist dann wird auch wiederum geweint werden jeder wird enttäuscht ja ganz genau es wird dass dasselbe sein wie damals mit red dead redemption wo auch alle gedacht haben das ist das heilmittel gegen aids und und der online die story war gut und online war der urmist und dasselbe wird bei bei cyberpunk sein ja das ding ist einfach dass die erwartung die erwartungshaltung ist so riesig das spiel wird die einfach nicht erfüllen können weil die leute das gar nicht reflektiert und nüchtern betrachten können was das wird ein sehr sehr gutes spiel werden das wird ein ausgezeichnetes spiel werden haben wir doch keine geld gerade oder aber das war der typ hier der typ ja voll geil eigentlich dass das verbuggt ist oder wo ist denn hier ich finde jetzt kein gegner mehr also schade irgendwo also sieht man überall oft so dass da irgendjemand in der wand ist ich finde wir können speierpunkt neu laden ich weiß da nicht wo es neu lädt ja ich glaube bei der letzten welle ja da machen wir ja warte ja jetzt bringt noch nichts dir jetzt noch wenn es jetzt bei null anfängt haben wir ein problem kann aber sein dass es bei null anfängt das ist recht wahrscheinlich monster auf ps4 gute frage aber ich bereite aber jetzt tatsächlich schon meine hate videos gegen cyberpunk vor und und ich brauche es ja wieder von vorne oder war ja der war er war da niederlass abbrechen kommt ne warte mal das doch gucken wir kann doch nicht so ja wir starten können wir es ja aber ich glaube das ist ja aber steht hier an 0 ok ne da bin ich raus ja jetzt wird jetzt will ich das spiel auch scheiße da bin ich raus einfach mal einfach nicht viel muss man sagen mir sag schon 0 oder 12 und mir sag schon mit der nacht rum ne aber das ist echt ich hätte echt gesehen was noch bei den letzten zwei wellen ja das ist echt schade das ist echt doch schade ne nächstes mal jungs wir machen uns wieder was aus stimmt dann machen wir auf nächste das maß am content von avengers wird noch nachgepatcht also endgame gibt es derzeit noch nicht aber ich bin auch eh noch nicht im endgame mit meinem Charakter was bist du denn ich bin acht flecki ist auch acht kalt ist ja mit meinem Hauptcharakter bin ich natürlich etwas weiter tja ja cool das ist doch gut ich bin zufrieden sehr sehr schön es war ein großes fest war das heute muss man sagen war das beste fest aller Zeiten auf jeden Fall was von dann haben wir eigentlich das letzte mal so groß zusammen gespielt weiß gar nicht äh gar nicht oder sowas ja breakpoint war mit mit charles und hart und ich kann mich noch an eine unsägliche runde äh alte strategie spiele erinnern ähm stronghold crusaders wo ich absolut nichts einschneid hd war das hd 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 ach genau ich glaube du hast ein DC gehabt oder du bist davor gestorben und dann musste ich noch allein gegen die zwei kämpfen und fragt dann macht den Holzfäller äh hüttenmove äh äh hd 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 ich habe fertig ich habe meinen pulver für heute verschossen ich muss ins Bett ich auch danke fürs gucken auf jeden Fall und danke an den stream natürlich fürs zusehen vielen Dank an alle so ja bis zur Wattung ja wirklich schön wir machen noch einen Twitch Raid auf jeden Fall ich weiß nicht ähm wir raiden den Jazza der hat sich rasiert ja da könnt ihr mal reinziehen wie er rasiert aussieht ja könnt ihr wirklich gespannt sein und vielen Dank für den Support vielen Dank für die äh lieben äh menschinnen und Menschen von von äh den Kanälen Charles Schlecki LP und Koryphios die mit dabei waren ja sehr cool herzlichen Dank danke 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 fürs mitmachen immer gern und ja also mir macht das Game schon Spaß also ich finde es auch gut auf jeden Fall ja ich finde der brutale Held ist nicht gerechtfertigt es ist halt einfach ein Grinder so ja ein Koop Grinder ja für jeden Fall Status 502 schlechtes Gateway so sieht es in mir aus so mit diesen Worten entlassen wir sie in den Abend herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal reingehauen so ist es euer Schlecki Frank Frank Leute war schön vielen Dank war echt mega chillig auch mal mit mit euch zu streamen so so sieht es aus auf jeden Fall auf jeden Fall und macht beim Break so mit ciao Leute ich bin